Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hi und herzlich willkommen zu Let's play some games mit dem Trainsporter. Und wir werfen heute einen Blick auf Blacklight Retribution, einem Free-to-Play-Shooter. Wir spielen heute auf der Playstation. Da ist er nicht ganz free, da kostet er 2,99 im Store. Und ihr bekommt dazu 500 Cent oder Z-Point oder wie auch immer man es nennen möchte. Das ist eine von drei In-Game-Währungen, auf die wir später noch einen Blick werfen wollen. Ja, Blacklight ist ein schneller Shooter, rein Multiplayer. Ich habe noch nichts entdeckt, was irgendwie wie Story aussieht und läuft auf der Unreal Engine. Das Ganze ist ein bisschen ungewohnt zu spielen. Es verhält sich ein bisschen anders, als man denkt. Besonders wenn es so um Waffenhandling und sowas geht. Und ansonsten sind eigentlich alle bekannten Spielmodi und extrem geile Killcams, wie wir hier sehen, wieder vorhanden. Wenn wir jetzt mal auf die Spielmodi schauen, da sind sie auch schon, dann haben wir das Standard-Team-Deathmatch. Zwei Teams gegeneinander. Wer am schnellsten, am meisten und so weiter kennt ihr ja. Capture the Flag ist auch relativ easy, Kill confirmed. Da muss man nochmal was einsammeln, wenn man jemanden getötet hat. Neuer Spielmodus Domination kennt man aus Battlefield, aus Call of Duty, was auch immer. Deathmatch ist einfach jeder gegen jeden. Und hier die Map Helodeck hat nochmal einen eigenen Punkt. Das ist nämlich momentan die neueste Map und die wird häufig gespielt, deswegen hat sie einen eigenen Punkt. Und ja, wenn wir hier mal uns die Bilder anschauen, man sieht, dass das im ADS, also im Aim Downside, relativ langsam ist. Und wir haben riesige Hitboxes. Das stört mich ein wenig. Also man schießt mehr in die generelle Richtung als wirklich gezielt. Und schon kriegt man die Leute platt. Das ist meiner Meinung nach noch ein kleiner Minuspunkt, aber das kann sich ja noch entsprechend ändern. Hier habe ich mal direkt das Menü aufgerufen und wir sehen, man sollte direkt einmal Tight Aim, also ADS Sensitivity hochschrauben und auch die Look Sensitivity, weil ansonsten ist es unglaublich langsam. Und man glaubt, das kann man halt einen Vorteil davon, weil die meisten Spieler machen das nicht. Und ich verspreche mir davon doch einen kleinen Vorteil. Hier sehen wir schon, dass es wesentlich besser wird und wesentlich schneller. Das Spiel hat noch ein paar kleine Macken. Das sind noch ein paar Sachen, die entsprechend irgendwie mal behoben werden müssen. Ich habe öfteren mal Freezes Ungeruchel gehabt. Da sind Leute mit bei, die irgendwie einen Ping von 700 haben und dann da rumglitschen. Das ist alles noch nicht ganz so optimal. Aber wie gesagt, für eine Free-to-Play-Geschichte ist es grafisch unwahrscheinlich beeindruckend. Und die Maps sind ziemlich cool. Fast alle haben einen Keller. Aber großer Tipp für Anfänger, wenn ihr jemanden gekillt habt, das habe ich nämlich hier auch gemacht, hebt die Waffe auf. Weil eure Startwaffe ist einfach scheiße. Also die Waffe selbst nicht, aber die ganzen Ausrüstungen, die ihr dabei habt. Und deswegen macht es Sinn. Hier, ihr seht, es ist ein viel geileres Scope. Da sind irgendwelche Aufsätze noch auf der Waffe drauf. Hier sehen wir gerade den Scanner. Der ersetzt übrigens eure Minimap. Das heißt also, wenn ihr etwas sehen wollt, dann müsst ihr scannen. Ihr habt keine Minimap. Und das war gerade das Depot. Hier haben wir nochmal das Depot. Im Depot kann man viele Sachen sich vorher aussuchen, die man entsprechend dort reinlegen möchte. Und kann die mit Kills freischalten. Ich habe hier den geilen Flammenwerfer genommen. Was wir hier nochmal sehen, ist das Migrating Host. Das ist auch eine Sache, die ich sehr cool finde. Wenn einfach zu wenig Spieler auf einem Server sind, werden die Hosts einfach zusammengeschmissen. Leider fehlt hier im Spiel, wie wir hier sehen, im Gegensatz zur PC-Version viel im Social-Fenster. Also auch in den Nachrichten. Das bedeutet, dass auch eure Freischaltungen, die ihr vielleicht von der PC-Version gewohnt seid, hier nicht auftauchen. Dafür gibt es diesen wunderschönen Store, wo ihr auch teilweise vergünstigt, wie man hier sieht, Sachen einkaufen könnt. Das macht ihr entweder über Z-Coin. Das ist bares Geld. Das müsst ihr kaufen. Oder über Game Points, GPs. Die verdient ihr im Spiel. Damit kann man allerdings Sachen nur mieten. Und dann habt ihr noch die Combat Points. Die erwerbt ihr quasi auf dem Schlachtfeld. Die werden am Ende der Runde umgewandelt. Und damit könnt ihr euch Sachen aus dem Depot kaufen. Jetzt ist natürlich die Sache, wo kriegen wir Z-Coins her? Natürlich aus dem PlayStation Store. Naja, was macht man jetzt mit diesen ganzen Coins und Gedöns? Zuerst mal Gear kaufen. Gear ist das, was ihr so am Körper tragt. Irgendwelche Tacticals und Schilder und ihr könnt Heilung und allen möglichen Kram freischalten. Dann natürlich auch Granaten, Messer, all solche Dinge. Auch fiese Matenten wie irgendwelche Elektroschockgranaten und all so ein Kram. Weitere Slots schaltet ihr frei, indem ihr dann entsprechend auch auflevelt. Ins Depot legt ihr halt Hardsuits und Lebensenergie und Munition und weiß nicht was alles. Und dann könnt ihr Loadouts festlegen. Mit diesen Loadouts könnt ihr, also da schaltet ihr auch mehrere von frei mit der Zeit. Aber ihr habt erstmal eins. Waffen müsst ihr frei leveln und dann müsst ihr die auch noch kaufen oder mieten. Ich empfehle immer Try Before You Buy. Also sprich immer unbedingt erstmal Sachen mieten und anschauen, wie man damit klarkommt, bevor man sie wirklich kauft. Damit kommt man im Endeffekt besser weg. Ich switche hier gerade mal so ein bisschen durch die Waffen. Und ihr seht, man kann also vom Aufsatz der Waffe vorne bis hin dann gleich zum Barrel kann man immer entsprechend Sachen verändern. Diese Sachen haben rote und grüne Zahlen auf der Seite. Das heißt, ihr seht sofort, welche Werte sich verbessern und verschlechtern. Also hier in dem Fall mache ich weniger Schaden. Dafür habe ich weniger Spread und weniger Recall. Die Waffe verhält sich also besser. Das gleiche sehen wir jetzt hier, haben wir auch bei den Aufsätzen, bei den Barrels, also bei den entsprechenden Läufen der Waffe. Ja, je nachdem, wie die Zahlen sich verändern. Hier habe ich mir nochmal die Magazine angeguckt. Auch hier, da gibt es zum Beispiel Magazine, die lassen einen schneller rennen. Das gibt es nachher für die gesamte Ausrüstung. Also ihr habt nicht nur die Waffen, ihr habt auch Mützen, Hüte, Brustpanzer, Schuhe. All solche Sachen könnt ihr nachher austauschen. Und ich fange erstmal mit dem an, was mich am meisten genervt hat in Blacklight, nämlich die Scopes. Es gibt diverse Scopes mit verschiedensten Zooms. Und ich muss sagen, grafisch ist es echt ziemlich geil, was die hier geliefert haben. Und ich habe mich dann hier im Endeffekt für ein ganz einfaches Scope mit einer 1,6-fachen Vergrößerung entschieden. Und das ist so, wie ich es in Battlefield benutzen würde, sage ich mal. Und dann kann ich mir auswählen, will ich das permanent haben oder will ich das nur mieten. Wie gesagt, die GPs sind nützlich, um Sachen vorher zu mieten, um sie auszuprobieren. Um sie dann, wenn sie einem gefallen, nachher permanent zu kaufen mit den Zen, also mit den Z-Coins. Dann gibt es noch so kleine Anbämselungen, kleine Anhänger an den Waffen. Davon habe ich mir gleich auch nochmal eine organisiert, die so ein bisschen den Recall aus der Waffe holt. Und dann schauen wir uns doch nochmal eben fix an, wie es denn mit dieser Waffe so spielbar ist. Wie sich das denn verändert. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist der Look and Sound. Also ich muss sagen, mir hier gefällt es unwahrscheinlich gut, wie das Game aussieht, wie es klingt. Vom ganzen Design her, auch die Level sind unwahrscheinlich durchdacht und schön eng. Ja, das war doch mal ein ordentlicher Kill. Man sieht, sobald man in der Waffe mal ein bisschen was macht. Und vor allen Dingen, das Aiming ist eine wichtige Geschichte. Da sollte man doch dann ein bisschen was investieren. Hier unten rennt übrigens gerade einer rum in seinem Hardsuit. Das ist eine der Freischaltungen, die man sich nachher holen kann. Er trägt im Prinzip einen riesengroßen Panzer, hat verstärkte Waffen, ist ein wenig unwendiger und hat einen ziemlich Birkenrush. Also er kann die Leute damit anstürmen. Derjenige sitzt aber anscheinend gerade das erste Mal im Hardsuit. Und jetzt switchen wir, während ich noch so ein paar Kommentare zum Game abgebe, in eine meiner ersten Runden, die ich aufgenommen habe mit Blacklight. Da habe ich Capture the Flag gespielt. Die ist ein bisschen dunkel. Alles andere nehme ich sonst immer auf. Mit der Elgato. Hier habe ich es aufgenommen, direkt mit der Playstation. Aber die Runde war so göttlich. Also ich wusste selber kaum, was ich tue. Aber ich habe fünf von fünf Flaggen geholt. Das war einfach geil. Das hat Spaß gemacht. Also nebenbei noch mal ein paar Gedanken zum Game. Wie gesagt, Look & Sound sind extrem cool. Mit dem Währungssystem kann ich auch echt leben. Weil ich gebe nachher vielleicht, lass es 20 Euro sein, die ich mir vorgenommen habe, irgendwann mal ins Game zu stecken. Um irgendwie so ein paar Sachen extra zu bekommen. Und ich kann sie immer vorher ausprobieren. Plus wenn ich viel spiele, kann ich Sachen mir auch mieten. Wenn ich jetzt sage, mir ist die Waffe über, ich will jetzt mal was anderes. Dann miete ich mir halt für, was weiß ich, sieben Tage eine andere Waffe. Und kann dann damit spielen. Und wechsle dann wieder zu der Waffe zurück, die ich mir gekauft habe. Das Handling des Spiels ist sehr, sehr ungewohnt. Also man muss wirklich zusehen, dass man die Sachen nachstellt, wie ich es ja vorhin schon erklärt habe. Das Depot ist eine extrem tolle Geschichte. Ich finde es lustig, weil man sehr taktisch spielen muss. Und man merkt auch, wenn man in einer guten Runde gelandet ist, dann checken die Leute, wer hat halt irgendwie gerade eine hohe Threat Rate. Also wer hat viele Kills gemacht und wer könnte sich aus dem Depot was Cooles holen. Dann wird der wirklich geschützt am Depot und kann sich dann sein Kram da rausholen und sich ein Hardsuit anziehen oder was auch immer. Also das ist ein schönes taktisches Element und es macht mir wirklich Spaß, dann auch damit zu arbeiten. Man merkt die Unreal Engine einfach. Und wie jetzt gerade nochmal hier zu sehen war, der Respawn. Das ist einfach cool. Das Game hat Flair, es macht Spaß und es ist einfach mal eine nette Abwechslung zu den anderen Shootern, die man halt jetzt gerade schon, wie zum Beispiel Battlefield auf der PS4, echt über hat. Was mich stört, sind, was ich vorhin auch schon kurz erwähnt habe, die absolut gigantischen Hitboxes. Also man zielt irgendwie generell in die Richtung und das war es dann auch. Also man trifft eigentlich alles. Und wenn man dann nochmal ein bisschen die Empfindlichkeit hochstellt, um besser nachziehen zu können, dann haut man eigentlich alles relativ zügig weg. Das Server-Merging, habe ich ja vorhin auch kurz gezeigt, ist eine echt tolle Sache. Das macht Sinn und es macht auch vor allen Dingen Spaß, ein weiterzuspielen. Leider sind die Wartezahlen inzwischen in den Runden immer relativ lang. Also mein Fazit ist im Endeffekt, es ist ein cooles Spiel. Es braucht noch ein bisschen Arbeit. Es sind ein paar Dinge, die noch gemacht werden müssen. Und mit diesen Gedanken lasse ich euch jetzt alleine nochmal meine Runde Capture the Flag anschauen, wo ich hier die gutdeutsche Scheiße aus den Leuten rausdominiere und die gesamte Runde mal eben ganz alleine entscheide. Und ich habe keine Ahnung, was ich da getan habe. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Trainspotter. Ciao, euer Trainspotter. ... Was ist das? We have the box coming in! We have the box coming in! We have the box coming in! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.